herzlich willkommen sehr verehrte damen und herren begrüße sie zu unserem heutigen rundgang durch die ausstellung kasper david friedrich und die düsseldorfer romantiker und ich freue mich sehr über unsere heutige gesprächspartnerin frau doktor christina mösel die leiterin der restaurierung in der alten nationalgalerie in berlin dem ort in dem friedrich schon seit sehr langer zeit gesammelt wurde und frau mösel ist eine hervorragende kennerin der ja insbesondere auch technischen beschaffenheit der bilder von kasper david friedrich über die sie aus ausgiebig ausgiebig forscht und geforscht hat und das maltechnische bei kasper david friedrich soll heute auch der schwerpunkt unseres gespräches sein und vielleicht wenden wir uns gleich einem bild zu dass diese maltechnischen besonderheiten kasper david friedrichs in wunderbarer weise auch vor augen führt nämlich eine leihgabe aus der alten nationalgalerie berlin wo wir sehr dankbar und froh sind dass wir die hier zeigen dürfen ein spätwerk das riesengebirge aus den 1830er jahren an dem sich kritiker wie goethe abgearbeitet haben das war dem zu dunkel dass wir aber heute bewundern auch des nuancen reichtums in dem hier übergänge gestaltet sind die wir frau mösel sie haben dieses bild sehr gründlich untersucht sie kennen es hervorragend was ist aus ihrer perspektive mal technisch an diesem bild besonders erwähnenswert dieses werk berührt mich und ich denke mir viele andere auch ganz besonders erstens weil es diese unglaublich strenge staffelung hat das sieht man von der farbkomposition her schon sehr deutlich und das spiegelt allerdings auf friedrichs technik wieder denn er ist wirklich sehr streng akademisch baut seine bilder ganz streng auf jedes gemälde ist eine schwarzwälder kirschtorte sag ich immer also sind schichten aufgebaut aber friedrich hält sich da sehr akkurat und streng dran lässt die schichten auch trocknen und das besondere an dem werk ist dass wir hier bisher einmalig eine sogenannte quadrierung gefunden haben unter einer quadrierung versteht man ein liniennetz dass der künstler auf die grundierung aufbringt mit stiftmaterial damals wahrscheinlich bleistift und mit dem der künstler die komposition von einer kleineren vorlage auf ein groß das große gemälde sozusagen bringen kann also eine formatveränderung übertragen kann das ist eine übertragungstechnik und man sieht diese quadrierung jetzt natürlich nicht man kann die im infrarot sichtbar machen wir haben alle werke von friedrich mit infrarot aufgenommen und dort sieht man eben dieses liniennetz dass ein teil der unterzeichnung ist eine technische unterzeichnung und das ist unglaublich fein also man sieht es wirklich nur wenn man danach sucht wie das immer so ist man sieht nur was man weiß und danach man sucht es gibt eine zeichnung dazu eine vorlage die eben auch quadriert ist mit diesem netz so dass es schon so einen anfangsverdacht gab ja und daraufhin haben wir uns dann das infrarotreflektogramm noch mal ganz genau angeguckt und ich vermute dass die linien auch deswegen so fein sind weil friedrich die eventuell ausradiert hat denn er wollte natürlich dass durch seine hauchdünnen mal schichten das ist auch so ein phänomen bei friedrich er wollte natürlich nicht dass diese quadrierung dass dieses netzwerk dann durch scheint das hat er bei seinen künstlerischen unterzeichnungen hat er in die komposition oft mit reingenommen dass man gerade bei dem mönch am meer dieses dünen gras das ist die unterzeichnung da wollte er dass man das sieht aber natürlich nicht dass man dieses netzwerk sieht und da dürfte friedrich sozusagen das radierend noch mal reduziert haben und hier haben wir das erstmals belegt und gefunden das ist eine wunderbare entdeckung die da gemacht wurde mit hilfe der technischen untersuchungsmöglichkeiten die heute zur verfügung stehen die unterzeichnung die bei diesem bild sie dabei auch gesehen haben die war ja vermutlich in dieser staffelung der gründer auch linear sehr präzise ganz akkurat also ich sage immer friedrichs zeichnungen und auch unterzeichnungen das sind gottesdienste also diese akkuratess mit der friedrich g zeichnet hat hat er auch unterzeichnet das sind noch mal kleine meisterwerke die das menschliche auge unsichtbar aber eben schönerweise sichtbar gemacht werden können und da guckt man dem künstler noch mal so richtig über die schulter während des schaffensprozesses da hat er richtig sehr eben mit betonung auf der kultur das war ja auch so sozusagen sein markenzeichen und der ist auch als zeichner grandios ausgebildet worden und ist auch als zeichner grandios aber auch die unterzeichnungen das sind kleine meisterwerke eigentlich und wie gesagt eine art andacht ja und diese diese unterzeichnung die überträgt also die intensität der naturbeobachtung was sie mit dem begriff der andacht meinen überträgt sie auf das entstehende bild und fängt damit natürlich auch so eine genaue naturbeobachtung ein das war ja wohl der grund dieser präzisen unterzeichnung dass friedrich nicht jetzt beim malen experimentierte sondern einem plan folgte friedrich war da sehr planvoll musste auch planvoll vorgehen denn er ging natürlich in die natur wie alle künstler damals und konnte aber fast nur eigentlich zeichnerisch diese natur erfassen und deswegen hat er das mit so einer akkuratess auch mit so einer akkuratessen auch diese zeichnungen eben angelegt denn diese berührtheit die muss es natürlich bis ins atelier zurückschaffen denn dort entstehen ja erst die ölgemälde ja es gab noch keine tuben mit denen später regeneration von malern sehr viel einfacher auch in der natur dann arbeiten konnten ich würde gerne noch mal auf das ja auch die lasuren zu sprechen kommen auf diese unterschiedlichen lagen der ölmalerei das wirkt zum teil ja sehr dünn diese einzelnen schichten ja also das war auch einer der vielen ergebnisse der forschungen zur maltechnik kaspar david friedrichs dass es sich nicht um lasuren im eigentlichen sinn handelt sondern tatsächlich um hauchdünne mal schichten also es waren ganz klassisch bindemittel und pigment aber eben unglaublich hauchdünn so dass teilweise die grundierung auch vor allen dingen in seinem frühwerk durchschimmerte und eben die unterzeichnung durchschimmerte und auch hier lässt sich aber schon ein prozess bei friedrich feststellen der durchaus nicht stehen blieb und festgefahren war auch mal technisch nicht sondern der man durchaus eine veränderung auch in seinem maltechnischen örtlich feststellen kann je älter friedrich wird desto dicker und dichter und kompakter werden eigentlich seine mal schichten und die bedeutung der unterzeichnung tritt dann eigentlich immer weiter zurück das war früher noch ein gerüst das er auch gebraucht hat wahrscheinlich und das aber auch in der komposition mit gespielt hat und das verschiebt sich dann so zahlen diese dieses gleichgewicht verschiebt sich dann so ein bisschen sie haben diesen schönen begriff einer entwicklung vom malenden zeichner zum zeichnenden maler geprägt dass das finde ich sehr schön und sprechend er hat ja friedrich erst sehr spät angefangen öl zu malen genau das ist eins der vielen mysterien die immer noch bleiben er hat ja in kopenhagen wie das damals üblich war in der akademie überwiegend zeichnen gelehrt bekommen zeichen kunst hat sich dann nach dresden begeben und hat dann auch erst gezeichnet und als zwischenschritt hat er dann die sepia für sich entdeckt mit der durchaus sehr erfolg gehabt haben auch sein lebensunterhalt bestritten hat und dass die sepia kann man auch technisch was so als zwischenstufe zwischen dem zeichnen und der ölmalerei betrachten und es ist immer noch nicht ganz klar wie friedrich was friedrich veranlasst hat diesen mutigen schritt zu gehen dann einfach mal mit der ölmalerei zu beginnen und die sepia war da bestimmt so ein zwischenschritt und sozusagen ein herantasten auch an sozusagen flüssigkeiten zeichenflüssigkeiten und dann an malflüssigkeiten weitestem sinne um dann gleich mit dem tätschen altar furore zu machen zu machen bild zu schaffen gleich sein erstes ja hat ein großes format also das zeugt schon von courage auch vielleicht werfen wir einen blick in sein atelier wir haben hier ja das ist zufälligerweise wieder eine leihgabe aus berlin eine ein blick in sein atelier das werden werden in einem weiteren bild noch gründlicher anschauen können ein etwas früheres werk das seine junge frau beim blick aus dem atelier fenster friedrichs auf die elbe die wir allerdings kaum sehen nur in andeutungen über das segelboot die masten zwei sind dort zu sehen wahrnehmen können ansonsten ist es eine rückenfigur und der einzige das finde ich wirklich hochinteressant fast versteckte hinweis darauf dass das atelier hier gemeint ist dass es ein ort der künstlerischen produktion ist sind diese beiden flaschen die man dort auf den ersten blick gar nicht erkennt erst auf den zweiten was für flaschen handelt es sich genau also es handelt sich nicht um das toilett tischchen von frau friedrich sondern es ist tatsächlich friedrichs atelier und deswegen sind diese fläschchen auch keine parfümflakons sondern darin enthalten sind eben mal materialien von friedrich in dem fall würde ich davon ausgehen dass es sich um flüssigkeiten handelt sprich um bindemittel so nennt man die flüssigkeiten mit denen eben pigmente gebunden werden damals waren das trocknende öle und von der farbigkeit her würde ich hier eben wie gesagt davon ausgehen dass das friedrichs bindemittel sind die da sozusagen als nette attribute und accessoires seiner jungen gattin beiseite gestellt wurden was man auch wenn man sich mit den atelier beschreibungen von damals auseinandersetzt ein hinweis als hinweis deuten kann dass es sich um ein atelier handelt ist so sind sozusagen diese fensterläden im unteren bereich des fensters denn das war für die maler ganz wichtig dass sie eben nicht also es musste gutes licht natürlich seine gute licht situation am besten nordlicht in dem fall war es nordlicht in dem haus an der elbe 33 aber was dann wichtig ist dass der künstler nicht die direkten lichtreflexe auf dem bild hatte und deswegen sieht man in ganz vielen ateliers hat das friedrich so sich bauen lassen dass hier der untere bereich des fensters verdunkelt ist verschattet ist das eben nicht die direkten reflexe sondern dass es sozusagen eine gute indirekte ausleuchtung dadurch entsteht also friedrich macht dadurch auch noch mal klar das ist ein besonderer raum mit einer lichtregie die er sozusagen in dem raum führen kann damit das malen ihm gut von der hand geht was ich bei dem bild auch interessant finde mal technisch ist dass es in der farbigkeit ja sehr zurückhaltend gemalt ist es in diesem warmen braun blau grünen tönen gehalten und die unter malung spricht stark mit also das ist ganz exquisit das beschreibt ja auch gräwe in dem ausstellungskatalog zur jahrhundertausstellung 1906 dass es im prinzip nur diese zwei farbklänge gibt dieses rotbraun und dieses grün stichige blau mit dem friedrich schafft also eine abwechslungsreiche und exquisite komposition zu schaffen und man sieht auch daran dass friedrich dieses dunkelrot in den falten von christiane bommer verheiratete friedrich die man hier in diesem rotbraun sieht dass friedrich hier die untermalung mit nutzt und mitspielen lässt und damit sieht man schon auch friedrich konnte auch ökonomie also der konnte schon auch ökonomisch malen ich war ja ein durch und durch ökonomischer maler auch in der verwendung seiner zeichnungen die über jahre aufbewahrt immer wieder als motivvorlage in bildern die dann 10 15 20 jahre nach der zeichnung verwendet wurden dass das zeigt dass er für einen auch ökonomischer maler gewesen ist und es ist hier natürlich auch eine schulung an den alten meistern die auch in dieser maltechnischen versiertheit und ökonomie des malens auch das arbeiten mit den untermalungen geübt hatten im siebzehnten jahrhundert in der holländischen malerei war das ganz geläufig in der landschaftsmalerei dass man diese erdigen töne aus dem untergrund dann auch noch mal hervor holte vielleicht gehen wir in seinem atelier noch mal einen schritt weiter und schauen uns das gleiche atelier von einem anderen maler seinem freund kersting gemalt an dass uns auch einige einblicke in die geheime welt des ateliers verrät ohne vielleicht alles auszusprechen dieses bild denn auch dieses bild ist nicht nur eine schilderung des ateliers sondern auch eine interpretation dessen was dort im atelier vor sich geht vor sich geht es ist nicht alles abbilden sondern es ist auch einiges sozusagen weggelassen beziehungsweise interpretieren wir sehen in jedem fall das gleiche fenster mit den fensterläden die jetzt geschlossen sind wir sehen eine dämmerung auch das wahrscheinlich kein zufall als tageszeit als beliebteste sozusagen tageszeit des wandels des lichtes die kerstin jetzt hier auch friedrich zuschreibt wir haben die mess utensilien die paletten an der wand was natürlich ein hinweis auch auf die konstruiertheit der bilder kasper david friedrichs ist und wir haben auf dem tisch dieses wunderbare still leben sozusagen ein mal technisches still leben was gibt es da zu entdecken ja das ist natürlich für jemand der mal technisch forscht ein gedicht und ein fest denn als erstes als erste anmutung springt einer natürlich dieses asketische durchaus ins auge dass er auch bei friedrich und seine zeitgenossen durchaus thematisiert hatten dass friedrichs atelier ebenso ganz zurückgenommen reduziert aussieht sehr asketisch clean würde man heutzutage vielleicht sagen und ein zeitgenosse schreibt nur an der wand hängt eine reiss schiene eventuell eine palette man weiß gar nicht wie sie zu der ehre kommt da aufgehängt zu werden und es ist wie sie schon sagten so eine kombination auf tatsächlich realistischer abbildung der atelier situation und auch ein bisschen idealisierung also sehr realistisch ist diese licht situation auch dargestellt man sieht ja jetzt auch was diese fensterläden für einen effekt haben also man sieht hier ganz weiche schatten genau darum geht es man sieht auch dass friedrich selbst hier eben nur so ganz weichen schatten auf die leinwand wirft und sich da sozusagen nicht selbst im weg steht man sieht auch die professionelle stafflei die hier aufgestellt ist man sieht auch dass friedrich ein malstab verwendet auf den er die hand auflegt damit er eben diese noch frische farbe nicht verwischt hat natürlich eine klassische palette und einen ganzen bunten strauß an pinseln in der hand und was man hier auf dem tisch sehr schön sieht sind eben noch mal gefäße das eine scheinen wir schon fast zu kennen das ist diese flasche mit der braunen flüssigkeit ein bindemittel und was natürlich sofort ins auge sticht ist diese transparente flasche mit dem mit dem blauen material das ist aller wahrscheinlichkeit nach friedrichs lieblings blau pigment zu dieser zeit nämlich die smalte das zeichnet ihn durchaus aus man weiß allerdings dass er die smalte das ist ein kobalt blau gefärbtes glas das dann gemahlen wird und geschlemmt wird und als pigment verwendet wird smalte hatte seine hochzeit im 17 18 jahrhundert und man dachte immer es ist so eine besonderheit von friedrich dass er auch im 19 jahrhundert noch die smalte verwendet die da eigentlich schon längst nicht mehr das übliche blau pigment ist ich konnte allerdings so im laufe meiner studien feststellen dass dresden eine hochburg der malmaterialien war des handels und auch der herstellung damit und dass diesmalte auch im 19 jahrhundert zumindest in dresden gar nicht so unüblich war sondern auch noch in alle welt verschickt wurde also friedrich hat diesmalte an seine kopenhagener kollegen und freunde verschickt und von daher muss man sich ein bisschen von der idee verabschieden dass das was ist was friedrich so sehr auszeichnet und typisch ist und was auch noch interessant ist was seine blau pigmente betrifft ist und das zeigt dass friedrich schon wandelbar ist denn er schwenkt dann in den 18 20 jahren etwa auf das modernere blau pigment kobaltblau um genauso wie er beim gelb von der apelgelb auf chromgelb umschwenkt also er sieht nimmt durchaus wahr was in seiner umgebung was es am angebot gibt prüft es und nimmt es dann auch an also er hat da durchaus auch die fähigkeit sich zu wandeln und sich zu modernisieren und zu erneuern was man ja auch noch sehr schön sieht ist der aufgeklappte malkasten und hier meint man so eine art textil zu entdecken so eine art mallappen dürfte das sein mit dem man entweder die malschicht abtupft wenn etwas nicht gelungen ist aber vor allen dingen eben auch die malschicht vertreibt und das erklärt vielleicht auch diese extrem also traumhaft vertriebenen diese über farbübergänge für die friedrich so lieben die bestimmt man das vertrieben hat mit einem eventuell mit einem mallappen wie er hier dargestellt ist ja wir haben das blau was sehr stark betont ist was er natürlich insbesondere auch für den himmel und das licht was aus dem himmel scheint gebraucht haben wird also auch wie so eine art programmatische homage an das licht des himmels licht in dieser farbigkeit aus den mit den augen kerstings eine kleine unwahrheit die kersting sich leistet ist dass friedrich ja hier gezeigt wird bei dem ersten pinselstrich der noch nicht da ist aber der jetzt gleich sozusagen vor unseren augen stattfinden wird und wir sehen aber keinerlei vor oder unterzeichnung auf dem gemälde ist das realistisch das ist ein aspekt ich würde mal vornehmen sagen der idealisierung kerstin friedrich waren ja befreundet da idealisiert er was realistisch ist ist die farbigkeit dieser grundierung also wir gucken ja nicht direkt auf die leinwand sondern das ist ja schon eine vorgrundierte leinwand auch in so einem hellen grau oder so im gebrochenen weiß das war durchaus ist durchaus noch realistisch was dann nicht realistisch ist ist friedrich hat wie alle seine zeitgenossen immer unterzeichnet also er hat nicht der genius sozusagen der zieht die leinwand und legt los sondern er hat tatsächlich immer und zwar eben ganz akkurat unterzeichnet und das lässt kersting hier weg wahrscheinlich bewusst um den fokus auf andere dinge zu richten und vielleicht auch nicht zu technisch zu werden sondern auch den geniust friedrich der aus dem kopf schöpft das heißt auch mit dem geistigen auge sehen das bild der berühmte satz der das jetzt zum ausdruck bringt also eine kombination realistischer und auch idealisierte motive über das künstlerische schaffen aber insgesamt ein hoch informativer einblick in das atelier friedrichs die zeichnung die unterzeichnung als wichtige voraussetzung ist ein thema was wir uns vielleicht in dem unfertigen und vollendeten bild wer was auch in der ausstellung ist noch anschauen können was als leihgabe aus dem angermuseum in erfurt bei uns ist genau sowohl atelierbilder als auch unfertige zeichnungen sind ja immer ein wunderbarer fundus für die maltechnische forschung ja genau genau das ist immer ausgesprochen ergiebig und wir haben es hier in dem raum mit den naturstudien auch der düsseldorfer präsentiert und es ist ein wohl spätes bild von 1835 also fünf jahre vor seinem tod entstanden und zeigt einen einblick in einen entlaubten herbst oder winterlichen wald auf jeden fall man sieht gar keinen laub mehr an den bäumen die kahlen äste sprechen eine ohnehin stark grafische lineare sprache und wenn man genauer hinschaut dann erkennt man dass die linien hier noch stärker betont sind als sie in den ausgeführten bildern gewöhnlich sind weil eben diese linien zum teil noch übermalt worden wären man kann hier im vordergrund wahrscheinlich mit bleistift ausgeführte gräser die aus dem wasser dort in vor sprießen noch erkennen also hier sind wir hier schauen wir friedrich sozusagen beim malen auch schon beim gemalt haben aber noch beim weiterentwickeln über die schulter ja das ist eben das spannende an sie unfertigen werken dass man das gefühl hat man ist wirklich in dem werkprozess direkt drin guckt dem künstler über die schulter hier ist es das ist natürlich ein bisschen spekulation was für farbigkeit friedrich für dieses bild geplant hat aber was man sehr schön sieht ist eben es ist ja ein spätes werk hat er schon das jahr in dem auch sein schlaganfall dann hat es geht auf spätwerk zu dennoch sieht man hier sehr schön die unterzeichnung und die betonung der linie und man sieht zum beispiel auch hier sehr schön diese gräser also das ist wirklich noch akkurat so wie er auch das dünengras beim mönch am meer eigentlich angelegt hat zick zack linie also einfach nur so eine formelhaftigkeit die dann zumindest beim mönch am meer der ein frühwerk ist sichtbar stehen gelassen hat das könnte man hier vielleicht sogar auch vermuten was aber auch ganz interessant ist dass man auch in der unterzeichnung so friedrichs genese und entwicklung ablesen kann er hat nämlich mit den in den frühen werken hat er eigentlich nur mit stiftmaterial unterzeichnet extrem akkurat auch mit so einer gewissen steifigkeit er hat dieses gerüst auch gebraucht war ja frischling sozusagen was malerei betraf hat das auch sichtbar stehen lassen gesagt dieser übergang vom zeichner zum maler später dann kamen die feder dazu also mit tusche da hat friedrich dann mit zur doppel unterzeichnung eigentlich gearbeitet also hat immer noch das bleistift gerüst komposition angelegt und dann mit tusche sozusagen nachgearbeitet eine zweite unterzeichnung angefertigt sehr viel später kam dann auch noch eine pinsel unterzeichnung dazu und man merkt dass das das sozusagen parallel läuft mit einer immer dicker werdenden mal schicht dass die unterzeichnung ins ihre bedeutung eigentlich immer mehr in den hintergrund rückt also er wird fast lässig ja wenn man wenn man bei friedrich von lässig sprechen möchte aber es gibt sicher eine entwicklung in der sicherheit von zeichnen und malen hin zu dem spätwerk und gleichzeitig finde ich das enorm interessant dass dieses zeichnerische aber nie ganz zurückgenommen wird sondern er zeigt immer dass er zeichnet und und lässt sowas vielleicht auch hier im vollendeteren zustand vielleicht stehen es ist ja auch hier bei diesem bild schon sehr durch geformt nicht nur zeichnerisch meine ich sondern auch in den tönungen dass wir diese ganz dass wir quasi vier schichten haben diese sehr markante vordergrund schicht dann eine zweite reihe mit diesem etwas dunkleren braun dann eine dritte reihe diesem etwas schwärzlicheren wiedergabe der der baumstämme und dahinter dann noch einmal so eine ja schon fast barbisson artige hellbräunlichkeit also eine auch hier enorme tiefenstaffelung auf kleinstem raum fast was grisei artiges und wie gesagt das ist durchaus interessant sich vorzustellen wie friedrich das eventuell dann doch noch mal farbig nuanciert hätte aber schon jetzt ist es im prinzip ein meisterwerk ja ja genau und es dieses meisterliche kommt auch von dieser stark zeichnerischen durchprägung innerhalb einer tonigkeit aber zeichnerischen durchprägung und vielleicht schauen wir uns einfach noch mal eine baumstudie von ihm als zeichnung an immer gerne wir haben ja bewusst eine reihe von zeichnungen die immer auch eigen künstlerischen charakter haben aber gleichzeitig vorstudien sind oftmals viele viele jahre später manchmal auch unmittelbar wieder verwendet und hier haben wir jetzt diese wunderbare studie einer eiche aus dem mai 1809 bei neubrandenburg wie man hier lesen kann in der schrift friedrichs aufgenommen eine genaueste in die kleinste verästelung der nach oben hin zweige in der laubkrone also nicht in der laubkrone in der baumkrone wiedergegebenen eiche dieses blatt war eines von denen die der norwegische kunsthistoriker andreas über im nachlass von dem sohn des malers dal fand über den erforschte und bei diesen forschungen eher zufällig auf diese enorme qualität der skizzen und studien und zeichnungen friedrichs stieß womit ihm dann klar wurde dass friedrich nicht nur ein romantiker sondern auch ein naturbeobachter gewesen ist wie es kaum andere in der ersten hälfte des 19 jahrhunderts in deutschland gab und das gab dieser entdeckung dieser studien den den anstoß obers friedrich neu zu sehen über ihn zu forschen was dann auch in die berühmte jahrhundert ausstellung mündete als ob er ganz wesentlich den teil kuratierte der um diese 32 werke kasper david friedrichs die da ausgestellt waren kreiste und was ich so faszinierend finde an dieser zeichnung ist einerseits die genauigkeit aber andererseits auch gleichzeitig die stilisierung mit der auch hier schon beim sehen arbeitet das ist also ob bärs entdeckung und wiederentdeckung von friedrich war bestimmt der größte kollateral nutzen in der kunstgeschichte oder einer der 19 jahrhundert und was man hier unglaublich schön sieht ist was ich vorhin schon so mit gottesdienst meinte also diese dieses wirklich sich einfinden in das baum wesen an und für sich trotzdem verwendet friedrich das es ist auch arbeitsgrundlage also es muss nicht schön als komposition sein man sieht es ja auch hier reichen ihm wirklich noch so strichlförmige andeutungen dieser rinden qualität und hier so ganz pragmatisch hier reicht das blatt nicht um den ast weiter zu führen und dann setzt er den einfach hier an also es ist für ihn auch eine wichtige erinnerungsstütze um wenn er im atelier ist das wirklich umsetzen zu können und das ganze stammt eben von dieser pommernreise 1809 von der auch viele zeichnungen von eichen mitgebracht hat die er dann in der abtei im eichwald tatsächlich verwendet hat deswegen kann man das werk auch relativ gut darauf datieren dass der mönch eben 1808 schon begonnen wurde und die abtei als pendant bild eben erst um 1809 ja und vielleicht gehen wir gleich noch mal zu einem bild wo man wenn gleich es sich um ein bild lessings handelt noch mal so ein reflex vielleicht in gewisser weise der abtei im eichwald auch erkennen kann die eichen waren in dieser zeit nicht nur malerische wesen die in der natur mit diesen ausgestreckten händen und fingern ihrer zweige und äste standen sondern sie waren auch natürlich sinnbilder karos hat in der eiche zum beispiel ein sinnbild von starker individualität erkannt und das auch formuliert dass die eiche in einsamer natur vergleichbar einem originellen individuellen charakter ist insofern sind nicht nur sinnbilder von zeit das sind eichen natürlich auch in ihrem alter in der urigkeit dieser bäume sondern eben auch von charakter von ausdruck sozusagen die natur physiognomisch betrachtet was in diesen studien auch fast schon mit zu klingen scheint weil das so ein naturporträt ist so genau beobachtet wie man den runzeln eines gesichtes vielleicht in einer kopf einer älteren figur nachgeht so ist das hier auch beobachtet und diese knorrigkeit ist man ja fast versucht auch auf friedrich irgendwie umzulegen also man ja auch immer ein bisschen sich selbst die eiche als selbstbildnis sozusagen das ist auch eine glaube ich da ist auch wirklich etwas drin dran an dieser innigen beziehung auf jeden fall des zeichners zu seinen objekten vielleicht gehen wir noch einmal abschließend zu dem wunderbaren bild von lessing und damit in den winter auch ein guter mal auch ein sehr guter der auch wie friedrich nicht nur nie in italien war weil er meinte in deutschen landen gäbe es noch genug unentdecktes und der auch in der natur gezeichnet hat aber daneben mit ganz anderen ergebnissen ja ja lessing als der große konkurrent von caspar david friedrich der viel jüngere aber der von den zeitgenossen sozusagen als der würdigere nachfolger sozusagen der bessere friedrich gehandelt wurde lessing hatte in den 18 20er jahren als sehr sehr junger mann feierte er seine erfolge war ein enormer könner ein der auch mal technik sehr sehr gut beherrschte schon als sehr junger mann und der hier wir haben über die abtei im eichwald gesprochen ein ähnliches motiv nämlich ein begräbnis in einer winterlichen landschaft hier ist es eine steinlandschaft sozusagen dieses klosters wieder gibt also verwandtes motiv aber doch ganz anders wiedergegeben wenn man sich diesen leicht verschneiten und vereisten wasserspeier mit dem wasser was dort in dem moment vereist ist sozusagen und andere motive anschaut und doch in diesem anderen noch einen bezug hat zu dem gefühlvollen bei friedrich ja diese parallele zur abtei im eichwald ist wirklich auf der einen seite frappierend aber auch so eine so eine unparallele im ergebnis das ist ganz unglaublich wenn man einem außenstehenden beide bilder beschreiben würde würde man sagen winterlandschaften ein mönchsbegräbnis ein mönchszug die in eine kirche eintreten bäume spielen eine wichtige rolle das hört sich alles unglaublich parallel an und das ergebnis ist aber völlig anders das ist unglaublich eben nicht nur malerisch auch mal technisch ist es ja bei friedrich also spielen erst diese eichen die ihre zweige fast wie so knorrige finger in den himmel recken ja ein eigen leben die schneelandschaft ist dezent angedeutet davor immer das ausgehobene grab natürlich und die mönche wandern bei friedrich ja in eine kirchenruine also dieses ruinöse verfall der hinweis auf vergänglichkeit das spielt bei friedrich eine große rolle und auch immer der biografische bezug denn fast jede kirchenruine die friedrich darstellt ist die klosterruine eldenahr das ist auch bei der abtheim eichwald so und man sieht das in der unterzeichnung auch hier haben wir die unterzeichnung sichtbar gemacht noch viel besser denn es sind tatsächlich diese verkürzt zulaufenden pfeiler die einem klar machen dass friedrich hier ein ganzes kirchenschiff anlegt und zwar exakt die kirchenruine eldenahr wie sie auch heute noch steht also dieser gibt da immer diesen biografischen bezug den einfach nicht loslässt und den aber immer wieder in ganz vielen varianten schafft was neues daraus zu destillieren aber eben auch mit so einer sprödigkeit die so ganz anders ist als das was lässing hier eigentlich mit seinen weichen rundungen schafft das sieht ja fast aus wie rudin diese ja das ist irgendwie unglaublich andersartig dass bei lässing dann dieses thema irgendwie ausformuliert über diese rundungen rutscht man sozusagen nicht nur über den schnee sondern über auch die das das gemäuer in das bild alles ist weich und nichts ist sozusagen hart gleichwohl war auch dieses bild goethe zu negativ zu frostig der geheimrat war schwer zufrieden zu stellen und tatsächlich hat dann ja lessing anders das als friedrich den ratschlag goethes beherzt und ist von dieser düsteren romantischen stimmung dann in andere bereiche gegangen und zeigt sich hier also durchaus auch geschmeidiger in dieser weise als der widerständigere kaspar david friedrich was den rum lessings befördert hat in seiner zu seiner lebenszeit und was für friedrich aber eben schwierig war weil er immer düsterer immer sperriger sprüder wirkte und immer knorriger und und immer knorriger aber dieses zeigt dieses bild zeigt sehr schön und deswegen ist es hier auch eine ausstellung neben kaspar david friedrich und einer winterlichen friedhof szene zu sehen dass eben die düsseldorfer sehr bewusst wahrscheinlich auch auf diese kritische rezeption reagierten und eine andere auch stimmungsrichtung dann operierten ja vielen dank liebe frau mösel für dieses gespräch das hat sehr viel spaß gemacht und ich hoffe auch unserem publikum spaß macht für die einblicke in die insbesondere mal technischen untersuchungen die frau dr mösel intensiv in einer dissertation die noch im erscheinen ist und auf die viele ich jedenfalls auch sehr gespannt sind eben noch mehr zu erfahren über friedrich als ja mal techniker das ist ein auf jeden fall sehr sehr fruchtvolles kapitel und ich bin sehr froh und dankbar dass wir das auch in unserer ausstellung mit unserem gespräch jetzt einmal betonen konnten vielen dank vielen dank für die einladung ich bin sehr gerne ich bin sehr gerne